We're beautiful like diamonds in the sky, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, beautiful like diamonds in the sky. Ich mache jetzt werbung würdig. Dürfen wir aber auch so rein? Ja? Okay. Also, du musst nichts mehr zahlen. Ich danke dir. Ein Glückseuro. Ja klar, safe. Hast du ein Glückseuro? Perfekt. Perfekt. Jetzt gehen wir rein. Jetzt gucken wir mal was abgeht. Jawohl, wir brauchen kein Licht. Ey, das wird so geil. Bruder, ist das ein Labyrinth hier? Ja, gell? Danke. Gerne. Ja, gerne. Vielen lieben Dank. Wollt ihr? Okay. So. Dankeschön. Danke, danke. Gerne, gerne. Ja, also langsam habe ich Hunger. Hast du Hunger? Hast du Hunger? Hast du Hunger? Ja? Auf was hast du Lust? Denklich. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt wird's glaube ich kritisch. Ursprünglich aus Mannheim? Von Bonn. Aus Bonn. Dürfen wir das auch verwenden auf YouTube? Natürlich. Okay, und wie heißt du? Mein Name ist Romina. Romina. Okay, und apropos Romina, du hast wunderschöne Augen. Wirklich? Ohne Scheiß? Wirklich? Ohne Scheiß? Dankeschön. Und wie läuft die Arbeit eigentlich so? Ja, nach zwei Jahren endlich wieder geht's los. Ja, endlich. Und wo seid ihr danach nach Mannheim? Bin ich in Karst auf dem Schützenfest bei Neuss. Nochmal? In Karst auf dem Schützenfest in Neuss. Okay, super. Und wann wird es stattfinden? Im Mai. Im Mai. Am? Junge! Ungefähr? 20. Mai. Jawoll, so sieht's aus. Also liebe Freunde, falls ihr die seht, einfach mal ein Gruß von Ja Mann sagen. Dann kriegt ihr auch für Glückseur mal einen Eintritt. So. So sieht's aus. Ja, Mann. Macht es. Und ja, ich danke dir. Ja, bitte. Vielen lieben Dank. Hast du Insta? Klar. Ja. Willst du loswerden? Romina.Markmann. Romina.Markmann. Alles klar. Liebe Freunde, wir sehen uns. Wir gehen jetzt erstmal rein. Wir nehmen euch einfach mit. Und ansonsten, kleinen Abschluss muss ich noch machen. So, das mache ich mit jedem. Ja Mann ist die Squad. Ich zähle bis drei. Dann schauen wir beide in die Kamera und sagen, Ja Mann ist die Squad. Okay? So. 1, 2, 3. Ja Mann ist der Squad. Ja Mann ist der Squad. Machen. Was, nochmal. 1, 2, 3. Ja Mann ist der Squad. Jawoll. Perfekt. Vielen lieben Dank, Dankeschön liebe Freunde, wir sehen uns. Bis dahin, ciao, ciao. Danke. Perfekt. Perfekt. Jetzt gehen wir rein, jetzt gucken wir mal, was da geht. Jawohl, wir brauchen kein Licht. Das wird so geil. Bruder, ist das ein Labyrinth hier? Ja, gell? Direkt mal ein Story, damit ihr mal seht, wo wir sind. So, liebe Freunde, wir sind jetzt gerade hier einfach auf der Messe. Wir sind da, wo irgendwo in Mexiko sind. Wie heißt das hier? Wie heißt das nochmal? Magic, Labyrinth, irgendwas, kommt einfach vorbei, wir sehen uns. Ja, Mann. Hallo, wie geht's euch? Alles klar bei euch? Alles klar mit dem Boden. Where are you from? I'm from Vietnam. Vietnam, nice. And you? Ich auch. You auch? Where are you from? Family. 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 Nein, Family. No Family. Bitte? Family. 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 Okay, nice. F***. Ah, Fanta? Okay, also ein Fanta, ein Cola. Ich hab nur Cola, Apfelscholle, Mineralwasser. Mineralwasser, Apfelscholle? Okay. Mineralwasser. Dankeschön. Wie viel macht's? Sechs Euro machen. Wie viel? Sechs. Oha. Oha. Sechs Euro. Juuu. Ich bin ein... Ich bin... Ja, ich bin ein armer YouTuber. Was? Ja, stimmt so. Alles gut. Stimmt so. Dankeschön. Sag dir nicht. Immer wieder. Darf ich dich was fragen? Wenn wir schon grad dabei sind und sechs Euro bezahlt haben, darf ich dich aber fragen, ne? So. Stehst du auf F*** Boys oder auf... 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 Normale. Du weißt schon was ich meine. Auf was Normales, natürlich. Auf was Normales. Okay, aber was hältst du von F*** Boys? Ja, was hältst du selbst davon, ne? Ich... Ich halt... Also meine Meinung ist neutral. Ich... Ich bin neutral. Alle Zweite sagen es denen keiner. Ich bin neutral. Ja, also einmal weiter... Also wenn die Mädels mitmachen, dann... Bitteschön, ne? Aber dann seh ich sie genauso wie den F*** Boy, ne? Okay. Zweite Frage wär, wahre Liebe oder reichen Mann? Wahre Liebe. Glaubst du an wahre Liebe? Ja. Geld kann ich nicht machen. Wie sehr? Äh, wenn der Richtige kommt sehr, aber... Ja. Aber Geld macht dich nicht glücklich. Okay. Bist du auch glücklich vergeben, oder? Ja. Sehr gut. Mit Kind. Mit Kind? Oh, alles Gute. Ja. Wie alt? Zwei. Nice. Vielen lieben Dank, wir sehen uns. Bitteschön. Ja. Auf YouTube wird alles übersetzt. Untertitel. Wir sehen uns. Danke. Ciao. Tschüss. So. Also, zwei Cola auf 6 Euro. Nice. Nein, Bruder. Mineralwasser für dich. Wir machen gleich Pause. Bitteschön. So. Also, so wie Cristiano Ronaldo, ne? Kein Cola. Sagt nur zu Cola. Vielleicht wirkt es auch bei mir. Haha. Obwohl ich voll den Cola getrunken hab. Coca Cola. Egal. Auf jeden Fall. Wir haben einmal die? Gabi. Gabi. Aus? Mannheim. Jawoll. Und? Edona. Edona. Schöne Name Edona. Dankeschön. So wie Edonis. Edonis. Aus? Auch neben Mannheim. Auch neben Mannheim. Und ursprünglich? Aus Kosovo. Aus Kosovo. Albanien. Genau. Vorhin hast du gesagt, aber nicht Kosovo. Ja doch, hab ich gesagt. Okay. Tamam. Kosovo. Und du? Bulgarien. Bulgarien. Von wo Bulgarien? Solatograt. Das ist in einem kleinen Stand näher Griechenland. Oh, Mashallah. Okay. Also in der Nähe Sofia und so? Nein. Nicht? Wo hast du gesagt? Näher Griechenland. Ich bin 10 Minuten von Griechenland. Kannst du auch griechisch? Nein. Kannst du auch griechisch? Ein bisschen. Ich könnte griechisch. Alles klar. Okay, komm mal ein bisschen näher. Edonis. Tamam. Kannst du auch türkisch? Ein bisschen. Was kannst du so? Nur so. Erwett. Jörg. Eşik. Maniak. Erwett. Hast du schon mal türkischer Freund gehabt? Ja, leider ja. Wie lange? Zwei Jahre. Warum leider? Es ist schlecht gelaufen. Warum schlecht gelaufen? Ja, will ich jetzt nicht mit reinnehmen. War da zu asozial oder war da noch ein Kind? Es war so ein Schlägertyp. Echt? Oh. Hat er dich geschlagen oder was? Ernsthaft jetzt? Ernsthaft. So was macht man nicht, oder? Das ist ehrenlos. Auf jeden Fall. Nur zu Rassismus. Nein. Auf jeden Fall. Frauen schlägt man nicht. Frauen schlägt man nicht. Frauen dürfen Männer schlagen, oder? Frauen dürfen Männer schlagen, ja. Aber Männer dürfen Frauen nicht schlagen. Ganz einfach. Ganz einfach. Egal was ist. Man schlägt einfach Frauen nicht. Oder? Macht man nicht. Komm mal ein bisschen her, Edona. Komm mal. Du bist eh so... Wie groß bist du eigentlich? 1 Meter 53. Guck mal, Bruder, nimm uns mal kurz so auf. Okay. 1 Meter 53. Ja. Sieht gut aus, ja? Okay. Auf jeden Fall. Nächste Frage wäre, stehst du auf Fuckboys oder auf normale? Ich bin ehrlich, ich stehe nicht auf dieses richtige Fuckboy, dieses Ey, wenn die so richtig drauf gehen. Aber ich stehe schon so, wenn die... Also nicht so ein Weichei, weiss was ich meine. Okay. Also er soll so normal sein wie ein Mann. Ja. Aber nicht so Fuckboy-mäßig. Aber nicht so... Diese Almans, weißt du? Ja. Diese Almans, wie du sagst, warum hast du das gemacht? Ey, Lan, komm mal her, warum hast du das gemacht? Sowas. Also die Almans sind so, gell? Die Almans sind so. Warum hast du das gemacht? Aber nicht alle. Aber nicht alle, ja. Es gibt auch so Almans, die wo so südländisch eigentlich aufgewachsen sind. Ja, schon. Ja. Je nachdem halt. Je nachdem, was die Freundeskreis hier hatten. Mhm. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Und bist du auch in der Meinung? Ja. Ja? Also du stehst auch nicht auf Fuckboys? Was heißt nicht auf Fuckboys? Ein bisschen so. Also schon ein bisschen so Macho sein oder was? Stehst du auf Machos? Ja. So gut gebaut und so. Wirklich? So ein Macho sein? Ja. Ja. Gut gebaut heißt für dich wie? Ja, gute Körper. Gute Körper, aber es gibt ja halt Leute, die vielleicht dünner sind, aber trotzdem gute Körper haben. Ja, ich hab nicht gesagt, ob das der ist. Stehst du auf Muskeln? Oder er soll breiter als du sein, ne? Ja. Okay. Verstehe. Ja, und hattest du auch schon mal so Beziehungen oder so? Ja. Wie viele oder wie lange? Eine. Eine, okay. Und auseinander? Ja. Warum? Auch geschlagen oder was? Nein. Er hat mich betrogen. Ja, okay. Wenigstens. Wenigstens. Ist auch nicht schön, aber wenigstens besser als schlagen. Weil der Mann ist. Nein, wirklich besser als schlagen. Ohne Scheiß. Betrügen. Fremdgehen. Niemals. Ich stelle hier die Frage. Ich bin der Ja-Mann. Ich betrüge niemals. Ja, Mann. Sag Wallah. Warum soll ich Wallah sagen? Weil du ein Mann bist, den ich glaube. Guck mal, wie die mit Shops nehmen wollen, liebe Freunde. Aber ich sag dir, mich kann man nicht so leicht Shops nehmen. Ich bin dir ehrlich. Aber ich will dich nicht Shops nehmen. Ich will, dass du mir die Frage beantwortest. Wir sind jetzt gerade Ja-Manns Kanal hier. Ja. Ich stelle die Frage. Du beantwortest. Ich kann das auch übernehmen. Ja, Mann. Ja. So. Ja, so mittlerweile. Also du hast Potenzial. Auf jeden Fall. Also. Du magst Männer, die wo nicht fack... Äh, doch. Du magst eher Männer, die wo fackboys sind. Ja. 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 Hey, ficken ist doch nicht. Ja, ist Haram. Ja. Ja. Warte. Okay, wie kommst du? Ja, aber... Ja, aber... Ja. Ja. Ja, aber ich sag mal so, guck mal. Wir haben auch bestimmt so jüngere Zuschauer. Ja. Ne? So unter 18 so sind. Und deswegen möchte ich einfach halt nur erwähnen. Ey, passt auf euch auf. Und falls was sein sollte. Verhüten, 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 verhüten. Sehr wichtig. Ja. 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 Wo? Mother. 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 Eure EMOMMEN. kannst du gut geschossen haben. Kann wir compassionünüz? Pfiff. ks 이�ensvedaťende oder positive. SexyFish. Das ist jetzt wichtig. weil kommen auch Krankheiten, yo. Ja, auf jeden Fall, yo. So, yo, ist das für Flang oder was ist es? Keine Ahnung, das ist... Okay, so wie DigiDiga. Das ist in Frankfurt, so wie alle. Yo, in Frankfurt, bist du aus Frankfurt? Nein. Ich hab doch gesagt, ich komm aus Mannheim. Du bist aus Mannheim, gut. Okay, dann mach mal so. Ich hab gehört, du kannst rappen. Aber nur, wenn ich clean bin, dann nicht. Du bist doch nicht clean. Ich bin grad clean, ich bin sauber. Tu so, als ob du nicht clean wärst. Das geht nicht, weil sonst verstelle ich mich und ich verstelle mich nicht. Bruder, an diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. Verstelle dich. Es geht nicht. Für Yama. Au, 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 okay. Nee, okay. Du kannst aber singen. Ich kann nicht singen. Du hast eine schöne Stimme, du kannst singen. Hey, bis da vielleicht kann ich singen. Du kannst singen. Nein. Sag mal so auf Bulgarisch was. Sing, sing mal auf Bulgarisch. Ein paar Sätze. Nein. Hattig. Warte, wir machen es so. Jetzt kommst du her, du nimmst Mikrofon, schaust genau hier rein. Aber lieber auf Englisch. Du nimmst Mikrofon so nah, schaust die Kamera an und singst. Was ist, wenn du vielleicht berühmt wirst? Stell dir mal vor, Dank Yama bist du berühmt. Nein, danke Yama nicht. Aber ey, ich kaufe kein Auto. Versprochen? Versprochen. Wenn ich reiche wäre, kaufe ich dir ein Auto. Leute, ihr habt es gehört. Wenn ich Millionärin werde, muss ich mein Cousin auch noch ein Auto haben. Inshallah. Viele Grüße an meinen Cousin. Dani, du weißt Bescheid. Dani, du weißt Bescheid. Okay, und jetzt sing. Let's go. Alles klar. Wer bist du? Rumänien. Rumänien, oh, wait, wait. Rumänien, Rumänien, eh. Nee, du weißt. Wie geht's auf Rumänisch? Ich spreche nicht. Ich spreche nicht. Ah, wie bist du? Wie bist du Rumänisch? Ah, ich bin Cefarci. Ah, Cefarci, ja. Cefarci, bene? Bene, bene, bene. Bene, oh, gut. Äh, du bist aus Deutschland? Nein, ich bin aus Deutschland. Ah, ich arbeite hier? Ich arbeite hier, das ist mein Job. Das ist, okay, nice. Nice job. Nice job. Nice job. It's easy. Very easy, yeah. It's very easy, okay. This video comes off YouTube. YouTube. Yes. Channel name? Perfect. Okay. Let's go. Yeah, wait. Okay. Wait a minute, okay. Is it a danger here? It's very easy. It's very easy? Okay, okay, nice. That's one is not a Halloween, you know? Yes, Halloween is a danger. Okay. But this one is not a danger. It's not a danger. It's not a danger. Okay. It's a danger here. Little bit. Okay. 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 Oh, oh. Oh. You, you come with me? No. Yeah, yeah. Do it. No, I'm sick here. That's my job. Oh. I can, I can go. No, no, no. You come with me. This is my friend. Sit here. I can go. I can go. Yeah, no problem. That's my job. People, Romania people, love you. People, Romania. Let's go. Okay, let's go. Yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Give me ticket, you go. Ticket. No money. No, no, no. I don't need money. Wait, wait. Yeah. Yes. Okay, thank you. Thank you, okay. Okay, guys. See you. See you. Insta, you have an Insta channel? Instagram? Yeah. Yeah, I have Instagram. Okay. Look, speak. What are you speak? Instagram. Instagram. You see me? Ah, my Instagram, yeah. Gabi Marian. 91. Okay. Yeah, that's it. Yeah. Cheers, guys. Thank you. Ciao. Oh, shyse. Okay. Come on. Okay. 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 Scheiße. Yes. Come on. Kameramann. Jawohl. Bismillah. Bismillah. Ey. Ey. Bovini. So, ey. Also, liebe Freunde. Macht die Schöße. Ja, okay. Also, liebe Freunde. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Ja, Mann. Ein Rappografen. Aha. Ach du Scheiße. Wann? Rappografen? Mach Licht an. Rappo. Wann? 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 Wir müssen jetzt aufpassen. Achtung, Stufe. Es wackelt. Ah, nein, nein. Achtung. Ach du Scheiße. Wann? Wann? Ach du Scheiße. Wann? Wenn ich jetzt von der Fall des wäre, oder du? Geht, Bruder? Geht, jetzt. Amandi. Okay. Achtung. Oha. Scheiße, jetzt muss ich mir. Ah. Achtung. Oah, das ist krass, lan. Ich lach du die Koalition. Achtung. Scheiße. Degel. So. Oha. Was? Nein. Ah, okay. Hahaha. Achtung. Du musst dich umtreme, Bruder. Jetzt bist du andere. Wann? 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 Achtung. Wann? 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 Ach du Scheiße, das bin ich Bruder. So, jetzt müssen wir raus, jetzt müssen wir in die Richtung. Das ist wirklich geil, also liebe Freunde, ihr könnt wirklich mal sie besuchen kommen, es macht übel Spaß, aber voll die Orientierung. So, hat es ihr wehgetan? Nein, oder? Okay, ja, bitte schön, nein, okay, okay, es hat wehgetan, es hat Aua gemacht, Aua, Mann, warte, ey, wenn das jetzt mir passieren würde, aber ich bring uns hier raus, hey Mädels, hallo, wie rum, rechts, links? Ja, aber wie, soll man so rum oder so rum? Von da, also in die Richtung, okay, oder in die Richtung, da, okay, ich glaube, wir müssen genau in die Richtung, ja, wir müssen in die Richtung. Wo sind wir gelandet, Mann, Achtung, Bruder, Achtung, Kamera ist 10.000 Euro wert, Achtung, okay, nicht 10, aber 4 Mille auf jeden Fall, so, irgendwann kaufen wir uns vielleicht auch für 10.000 Euro, wer weiß, nur Gott weiß allein, ich hoffe, und das, wenn ihr uns supportet, supportet, guck mal, was ist, was, das, was wir alles für euch machen, stellt euch das mal vor, ja, damit ihr nur Entertaining pur habt, wenn ich auch jetzt meinen Kopf einfach nur irgendwie dran, äh, knalle, dann ist es halt eben so, aber Mädels, könnt ihr uns helfen, wo sollen wir raus, Allah, Allah, keiner hilft uns, aber ich helfe doch, warte, so, jetzt, jetzt bringe ich uns raus, aha, Wallah, er bringt uns da hin, ich danke, ich küss dein Herz, komm her, Bruder, komm her, Bruder, komm her, Bruder, komm her, Bruder, komm her, ich mach für dich support auf jeden Fall, jetzt, ja, jetzt, geradeaus, ja, geradeaus, okay, komm, Mert, geh du vor, ich küss dein Herz, Bruder, aber mach langsam, nicht, dass du knallst, Wallah, der ist gut, so, ach du Scheiße, Wallah, er läuft durch, okay, so, Mert, ich küss dein Herz, Mert, vielen Dank, ich danke dir, ja, komm her, Mert ist der beste Mann hier, ja, abonniert alle Mert, geh, so, Allah, ich danke dir, Ach, du Scheiße, ey, das hast du extra gemacht, gell, das hast du extra gemacht, auf jeden Fall, richtig nice, Dankeschön, war extrem, kannst du auch einmal so eine Ansage, ja, Mann ist die Squad, mal am Mikrofon mal machen, das wäre so nice, das wäre so nice von dir, ich mach dir sogar einen Hochzeitsantrag, so, hier fährt's, so, alles ab, Freunde, Achtung, hier, Mann, ist der Squad, yes, maybe, jawohl, ey, das wollte ich immer mal, das war immer mein Traum, glaubst du mir das, und ich lebe ihn, und ich hab gerade, ja, wo, endlich wieder, nach zwei Jahren, ja, ohne Scheiß, ich wünsche euch aber auch wirklich viel, viel Erfolg, und, bist einfach die Beste heute, also, heute, wirklich, du bist einfach die Beste hier, obwohl, alle sind, ey, ihr seid alle, ihr wart alle geil, wirklich, aber die, das war jetzt, Endlevel, Endlevel, hoch 10, auf jeden Fall, äh, bist du Single? Nein. Okay. Sie ist nicht Single. So, ja, das ist jetzt nicht nur an mich gedacht, sondern an die Jungs da, ne, ich hab so manchmal so diese Zuschauer da, die wohl immer fragen, ey, Instagram, Instagram, aber, alles gut, vielen lieben Dank, ich danke dir, wünsche dir viel Erfolg, Dankeschön, wir sehen uns, Dankeschön, ciao, 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 so, ja, war ein Erlebnis auf jeden Fall, wir gehen in die Richtung. Vielen Dank. Ich kann das auch nicht. Ich muss singen. Was soll ich singen? Was soll ich singen? Sing mal das Ding. Ja, der hat recht. Jawohl, komm sing mal. Back am akhir. Du bist er nicht. Gleich hatte es euch nicht. Wir laufen hier ja wieder. Wir laufen jetzt in Augen heraus, wir sind glücklich wie BrNotes im Freund. Schamblee wie ein Ding, complaints schon immer. Das��Ext 1! Arme durch, bei deinem Sonor? Ich bin, Frau스�us, Applaus, Applaus! Ciao, ciao, ciao! Das war gut, ja? Ich küss dein Herz. Ja, ich schick die dahin. Danke. Du bist ja eine Perle. Aber es ist nur meine Perle. Okay, aber du bist wirklich eine Perle. Ohne Scheiß jetzt. Also du hast mich wirklich... Bruder, direkt in deiner T-Shirt steht ganz groß. Ja, Mann! Ich hab extra heute machen lassen. Ja, Mann! Alles gut, alles gut. Okay, nicht aufregen, nicht aufregen. Boxen. Also ihr beide... Wie wird das gemacht? Ja. Kickboxen. Du bist aber auch bestimmt voll frech und so, ja? Ich bin Shaitan, wenn ich will. Aber ja, ich weiß doch, dass du Shaitan bist. Aber es ist meistens immer so. Kleinere sind immer so wie Shaitan. Und ältere, also größere sind so... Ja, so lieb, zierlich halt, ne? Engelmäßig, Engelmäßig. Ja, du bist Engel, du bist auch Engel. Du bist Engel Shaitan und du bist Shaitan-Engel. Okay. So, aber... Ey, wirklich Maschallah. Ohne Scheiß. Ich möchte das Video auf jeden Fall verwenden. Mach doch, habe ich gesagt. Auch dein Instagram verwenden, alles Mögliche. Okay. Und... Was soll ich noch sagen? Sing nochmal, ja? Wirklich sing nochmal. Ohne Scheiß. Ja, aber so fällt es mir nicht ein. Ich muss gucken. Sing mal was Schönes. Ja, aber was sagt mir in welchem Lied? Diamond war geil. Was soll sie singen? War geil. Die kann voll gut singen. Dieses eine... Wie heißt das Pelle? Du weißt auch. Ich hab schon... ähm... Sing mal so deinen Lieblingssong. Deinen Lieblingssong. Hab ich schon. Ja, okay, meiner war es eigentlich auch ohne Scheiß. Da krieg ich immer so Tränen. Diamond. Diamond. Wie bitte? Ich hab die auf TikTok gesehen. Die kann total gut singen. Ja? Ich hab noch nie in TikTok gesungen. Wallahnein. Wallahnein? Wallahnein. 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 You, Athletics, Sport, Fitness? Ja, Wales Sports. Okay. You speak German? Äh, German bisschen. Bisschen, okay. Deutsch besser. Okay. Wallahnein. You, 35. Ja. Sit ups. Nee, 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 nee. Wait, wait, wait. No, 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 no. You, Money. Money? Yes. Wie viel? 35. 35. Yes. Ah, das ist nochmal, ja? Wie viel, wie viel? Wie viel? 35. Guck. Look. Ja, genau. Wie viel? 10 Euro. 10 Euro. 10 Euro. 10 Euro? 10 Euro? 10 Euro ist gut. Wann abgai? Wann abgai? Ja, ja. Okay, wirst du? Wann abgai, ja? Ja. Wann abgai, ja? Wann abgai? Ja. Erstmal, ja. Dein, ja? Erstmal, ja. Erstmal, ja. Aber nur eine. Entweder er oder der. Er, er. 35. 35. Okay. Aber warte, warte. You're Bruce Lee oder Jet Li? Bruce Lee. Bruce Lee. Ja. Okay. You're move. Bruce Lee move. Bruce Lee move. Bruce Lee? Yes. Nein, Bruce Lee? Yes. Nein, Bruce Lee. Jawohl. Wichtig? Nice. Okay. My friend, let's go. 35. 35. Yes, 35. Okay. You won. Okay. And... Go! Yes. Yes. Applaus, Applaus. Yes. Perfekt. Perfekt. Nice. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. You're my friend. This for you. Okay. You look, you look Kamala. Yeah. She's name? German is this quote? Yeah. German is this quote? This quote? Okay. Look, Kamala. One, two, three. German. German is this quote? This quote? Okay. Is this quote? Is this quote? Yeah. That was very good. Dankeschön. Okay. See you later. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao. Gern, Murat. I love... I love the Asians. Oh no shit. I love you. I love you. Plus, Li. I'm Jet Li. But... Or, Van Damme. John Claude Van Damme. That's not a joke. Just trying to be in this, tell me are you too. Can you feel where the wind is? Can you feel you too? All of the windows inside this room. Cause I wanna touch you baby and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise on your side, just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love, trying. But you'll never be alone. I'll be with you from death till down. I'll be with you from death till down. Baby, I'm right here. I hold when things go wrong. I'll be with you from death till down. I'll be with you from death till down. Baby, I'm right here. I can't do it. I can't do it anymore. No, I can't do it anymore. Super, really. Hey, she has a wonderful voice. You have a great voice. You have a great potential. Oh no shit. Thank you. I wish you the best. Viel Erfolg. Thank you. Thank you. Thank you. And sing. You have a great talent. Oh no shit. Thank you. How young are you? 90 or 20. Yeah, look, you are young. Push me, push me, push me. I will not push you. But, as you mentioned before, if you're a millionaire, I'll get a car. What kind of car? M4. M4? Oh no, sorry. R8, Audi, Audi, R8, Rockstar. Du hast mich erst mal gewohnt mit BMW. Ja, BMW sowieso. BMW sowieso, das hole ich selber. Aber du holst mir Audi. Kriege ich eine Runde, einen Cruisen mit dir? Auf jeden Fall. Wenn der ein BMW hat, ich weiß nicht, was für ein Auto fährst du gerade? Opel Corsa. Opel Corsa, geil. Ja, genau. Ja okay, wenn der ein BMW hat, kriege ich eine Runde mit dem Cruisen. Auf jeden Fall Mama, ja. Aber ich habe keinen Führerschein, ja. Egal, wir machen das irgendwie. Gar kein Ding. Wir kriegen das hin. Sie hat Führerschein. Bis dahin habe ich die, ja. Okay. Ich bin dabei gerade. Dann gehe ich kurz in die Mitte. Wieder in die Mitte. Ihr kommt zu mir. Guck mal, was steht hier, liebe Mädels? Yaman ist Squad. Yaman ist Squad. Jawohl. So, wir zählen bis drei. Aber bevor wir zählen, du sagst jetzt dein Instagram. Unterstrich Punkt G Punkt M Punkt B Unterstrich. Okay, das war's. Ja. D-O-N-A-A Punkt C-K-J. Okay, super. So, dann zähle ich jetzt bis drei. Eins, zwei, drei. Yaman ist Squad. Jawohl. Peace out, liebe Freunde. Wir sehen uns. Eine Runde mit? Sollen wir eine Runde? Jawohl. So, jetzt schauen wir mal. Wenn ich treffe und wenn ich gewinne, schon zum zweiten Mal, so wie im Europapark, dann kriegt ihr geschenkt. So. Let's go. Schöne, Herrschaft. Okay. So. Ah, scheiße. Eine. Letzter Versuch. Nochmal, wenn sie eigentlich alles aufeinander stapelt, ist besser. Können sie vielleicht so? Können sie vielleicht so aufstapeln? Ja. Die macht das. Die hat keinen Bock zu arbeiten, aber die Arme, was soll sie machen? Ja. Die hat jahrelang gearbeitet. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und jetzt. Let's go. Jetzt. Jetzt muss. Und. Schade. 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 Scheiße. Ich habe Krampfkörb ich gekriegt. Ja, ich habe ohne Scheiß an meinem Finger. Okay, jetzt ist es, glaube ich, weg. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Ich habe Krampfkörb auf meinem Finger. Okay, jetzt ist es weg. Oh Gott sei Dank. Ich muss mal irgendwann mal zu meinem Hausarzt gehen. Und jedes Mal, wenn ich bei meinem Hausarzt bin, der so. Du bist kein gesund. Du bist kein gesund. Dann denke ich mir, lieber Arzt. Mir geht es nicht gut. Deshalb bin ich hier. Weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Hast du Bock? Ey, das war mein allererstes Mal ohne Scheiß. Und wir haben noch nichts gegessen, gell? Sollen wir oder sollen wir nicht? Wallah. Also wenn du... Ja, ich nicht. Wenn dann zusammen. Bruder GoPro haben wir auch. Riesenrad. Riesenrad. Komm, geh mal Riesenrad lang. Okay, stimmt. Dann mache ich Outro. Dann mache ich Outro. Liebe Freunde, extra für euch. Come on. So. Wir gehen mal auf Riesenrad. Jetzt schauen wir mal auf jeden Fall, was geht. Für mich. So. Hallo. Hi. Hi. Hallo, wie geht es euch? Super. Freut mich. Dürfen wir das auch ganze filmen? Ich bin YouTuber. Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön. Wir hätten gern zwei Tickets. Einmal für meinen Kameramann und einmal für mich. Und möchte das Outro-Video machen, drehen. Dann sind wir fertig für heute. Das ist eine Gewerbung für uns. Definitiv. Dann dürft ihr zwei umsonst fahren. Oh, sehr nett. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Wir dürfen umsonst fahren, liebe Freunde. Jawohl. Auf jeden Fall vorbeikommen. Und von wann, bis wann sind sie da? Bis? Bis nächsten Sonntag. Bis nächsten Sonntag. Und wohin geht es danach? Nach Freiburg. Nach Freiburg. Nach Freiburg. Freiburger Frühjahrsmess. Okay, ganz kurz. Nochmal. Freiburg in Breisgau. Jawohl, super. Wann? Und wann, genau? Vom, ja wann ist das? Vom 15. bis... Nee, 15. ist schon zu spät. Vom 13. Achter. Nein, 8er auch. 13. bis 22. Mai. 13. bis 22. Mai. Unbedingt vorbeikommen. Sensationelle Veranstaltung. Auf jeden Fall vorbeikommen. Nicht unbedingt. Auf jeden Fall vorbeikommen. Safe. Ihr wird es nicht bereuen. Definitiv nicht. Und jetzt machen wir das Outdoor-Video oben, liebe Freunde. Ich schreib nach oben, ja? 1, 2, 3. Achtung, Bruder, am besten nicht aufstehen. Mann! Ach du Scheiße! Mann, 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 ich hab mal. Tawang, Murat. Reboado. Liebe Freunde. Oh, ach du Scheiße! Anane! Oğlum, wie viel deklam ist buna? Oh, nein. Bismillahirrahmanirrahim. Ey, die haben... Scheiße, die haben jetzt extra gemacht, ha? Wallah, die haben extra... Allah korusun, ja. Ey, wir werden grad... Bismillahirrahmanirrahim. Ey, ich kann nicht nachmachen. Ich hab keine Höhenleins... Aber ey, ich spiel meine Eier nicht. Ach du Scheiße! Kennt ihr das? Wenn ihr davor so Angst habt und... Nein. Bruder, Wallah... Oğlum, ich hab Angst, lan? Nein! Ach du Scheiße! Bewege dich nicht, Bruder. Ich mach jetzt das Outdoor, ja? Also, liebe Freunde, wenn... Hocht dich hin! Hocht dich hin! Murat, hocht dich hin! Wallah, hocht dich hin! Murat, nein! Nein! Murat, hocht dich hin! Bruder, nein! Schick mir! Nein! Oğlum, hocht dich hin! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warte... Lan, hocht dich hin! Oğlum, salam mal, ja! Salam! Ey, wer hat gesagt, dass wir hierhin kommen sollen, man? Wer hat das gesagt? Riesenrad! Komm, geh mal Riesenrad, lan! Bruder, du hast gesagt, wenn da Riesenrad geht und ich... Idiot, fall einfach nur rein und komm! Ach du Scheiße! Bismillahirrahmanirrahim. Liebe Freunde! Ich mache jetzt das verfickte Outro! Ich liebe euch! Ihr seid die Besten! Vielen lieben Dank! Auch vielen lieben Dank an diese Riesenradstelle! Dankeschön auf seinen Nacken! Und ich liebe euch! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch! Liken, abonnieren, supporten, nicht vergessen! Ihr seid die Besten! Und bleibt gesund, bleibt fit! Was soll ich noch sagen? Besucht diesen Riesenrad! Die sind nächsten Monat am 13. bis am 22. Wir gehen wieder hoch! Und ich habe so langsam wieder Schiss! Obwohl ich eigentlich keine Höhen langs habe! Ey! Ich war ja Europapark! Wegen Achter! Ich bin alles gefahren! Aber hier! Ach du Scheiße! Bruder! Ich konzentriere mich lieber auf Kamera! Dann habe ich keine Angst mehr! Ach du Scheiße! Banabag! Hallo! Nein, nein, nein! Banabag! Banabag! Wallah! Oh! Oh! Ich liebe euch! Ich beende das Video hier damit! Und... Peace out! Morear! Daseste Comment A, Hit&Diserregion Nh couldn´ metts Yang Pfeil Nãoắc Nad... Und... nummer vor Ver開 jetzt Drei Lasset Lasset Creeps hoch Junge Zod Moge Ob Was ist das Wort? Ja, Mann, das ist das Wort.